Der Klaas Jaguar ist für unseren Betrieb ein Aushängeschild. Seit 1998 fahren wir Klaas Hexler. Für uns kam nichts anderes in Frage, da wir uns auf die Qualität verlassen können und wir dadurch unseren Kunden gute Qualität und Pünktlichkeit anbieten können. Mein Name ist Michael Bredehöft. Ich komme aus der Elbe-Weser-Dreieck im hohen Norden Deutschlands. Wir haben ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen, eine landwirtschaftliche Werkstatt, machen Melk- und Kühlanlagenreparaturen und Verkauf und haben eine Abteilung mit Umweltservice. Wir sind gerade in der Zeit, also erster Schnitt und wir sind auch noch mit allen Geräten an Mais legen, an Flügen. Und so ist jetzt alles, was wir irgendwo an Schlepper und auch Mitarbeiter haben, alles unterwegs. Ja, praktisch bedeutet das, dass man sehr viel telefonieren muss, um Leute zu kriegen, die auf dem Trecker sitzen. Morgens fangen wir um 5 an bis 23, 24 Uhr. Wir taufen die Häckse alle drei bis vier Jahre um. Dann haben sie circa 3 bis 3.500 Stunden. Was sich beim 498 nochmal verbessert, ist also nochmal die Kabine. Die Fahrer fühlen sich in dem Jaguar sehr wohl. Der Gutfluss hat sich bei dem 498 nochmal wieder verbessert gegenüber den Vorgängermodellen. Auch wenn wir also großes Zuckergehalt haben im Grassillage, ist keine Verstopfung mehr da. Was sich nochmal verbessert hat, ist die automatische Randstellung, wenn wir die Gegenschneider ranstellen, dass sich auch der Trommelboden anstellt. Dadurch haben wir noch bessere Wurfgeschwindigkeiten. Durch die neuen Aktivkontur sind die Bodenanpassungen, gerade bei uns in den Moorstandorten, nochmal erheblich besser. Weniger Schmutzaufnahme. Alle Klaas-Häckseler sind mit Reifen- und Regelanlagen ausgestattet. Gerade auf unseren Moorstandorten ist das also ein großer Vorteil. Der Kraftstoffverbrauch, dadurch dass wir jetzt auch einen Sechszylinder haben, ist runtergegangen. Wir waren erst ja nicht so begeistert, dass wir jetzt einen Sechszylinder kriegen. Wir waren eigentlich immer sehr überzeugt von Achtzylinder. Aber im Nachhinein müssen wir sagen, ist alles gut. Was also wichtig für uns ist, der Kunde bestellt uns, gibt uns einen Termin und den wollen wir einhalten. Dafür brauchen wir eine gute Maschine und das haben wir mit Klaas. Mit den neuen Jaguar verkaufen wir unsere Leistung. Die Landwirte verlangen von uns immer höhere Qualitäten und das können wir mit den 498er voll bieten. Es macht Spaß mit den Landwirten zu kommunizieren, denen was anzubieten. Und man freut sich, wenn die sich auch bedanken und sagen, man hat gute Arbeit gemacht.